So, wo kann ich denn jetzt hier das Raps abliefern? Häckselnbrot, Mischfutter, Silage, Stroh, Gras, Heu, okay, da schon mal nicht, das heißt ich muss hier vorne irgendwo abladen. Du könnt ihn hier abladen eigentlich? Ja, Mist. Weiß das einer von euch? Äh, Vincent? Ja? Zugfeld 12. Ne, 11. 11. Okay. Auch noch reif, genauso wie 12. Kannst du mir kurz zeigen, wo ich das Raps abladen kann? Eben. Da wo du alles andere auch ablädst, was du in der einen Folge hast du mal gezeigt wo das ist. Ja, das ist ja schon Ewigkeiten her. Äh, da wo die ganzen Hallen rund rum stehen, da stehen die Silos. Ich war schon dicht dran. Ich war schon... Oh, jetzt können wir ja wechseln. Danke, ja. Der Bauer findet sich auf eigenen Hof nicht zurecht, oh Gott. Das ist mir beim ersten Mal hier auf der Community Server passiert. Ja, das geht aber schnell, ey. Aber dafür ist der Hof eigentlich ganz geil. Ja. Der Rest von der Map ist dann halt doch mal... Ein bisschen zu wünschen übrig, ne? Ja, leider. Hä? Die hat sich komplett ausgeladen? Ist ja immer noch 5% drin. Das ist... Das ist... Das ist Mais. Ach, da ist noch Mais drin? Ne, das eine ist ja Mais. Der Elf ist Mais, dann müssen wir mal Mais Häcksler. Achso. Ne, bei mir steht noch 5% Inhalt noch, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ist doch noch Mais? Also auch Mais? Wird ja aber angezeigt, dass du noch was drin hast oder was? Ne, jetzt nicht mehr. Ich habe im zweiten Mal hier auch noch was drin gehabt. Moment, Feld 11. Da fällt 11, 11, 11, 11, 13, 14, 15, 15, 15... Ja, Wincent ist glaub ich nicht der Mais-Häcksler. Kann doch Mais. Ne, das ist nicht. Der Wincent hat das Mäh-Ding dran. Das ist krass. Achso, da muss ich auch noch mal nehmen. Das ist noch eine Frage? Florian. Wie findest du eigentlich die zwei Fortuna-Hänger? Ja, die sind schick. Die gefallen mir. Ist zwar schwierig, mit ihnen zu wenden. Ja. Oder um Kurven rumzufahren, aber sonst... Ich hab sie nicht ineinander gehangen. Marvin. Marvin war's. Marvin ist immer schön. Du kannst doch so schön immer auf die andere schieben. Immer auf alle, die nicht anwesend sind. Ja. Wo ist der eigentlich wieder heute? Weißt du, machen wir eine Aufnahme und Marvin ist nicht da. Gibt's ja nichts. Aha. Hm. So, du warst auch nicht da, Tom. Du warst immer auch hier. Ja, ich... Ja, okay, 12 ist auch meist. 12 ist auch meist. Ja, jetzt zuerst 11, oder? Du bist amüsiert mit einem Schwein? Mit dem Schreiben. Da ist er, in der Klasse. User, join your channel. Na, Marvin. Na, Marvin. Kaum spricht man vom Teufel, ist er schon da. Was ist er? Vom Teufel kommt's Kamel. Oh, oh, ach, da ist Wasser. Alter, wollen die mich verarschen? Wo kommt denn das Wasser hierher? Hatten wir jetzt über mich geredet? Nein, gar nicht. Ups. Ich hab den Case versenkt. Scheiße. Yay, Farming Simulator. Ja, wir machen gerade eine Aufnahme. Wir sind gerade eine Aufnahme. Ja. Ah, okay. Ja, kannst aber noch reinkommen. Hallo YouTube, hallo Community. Was ist YouTube, das kenne ich gar nicht. Ich kenne nur... Was kennst du nur? Kenno you, äh, Klippisch. Klippisch. Du hast das Ding jetzt versenkt, oder was? Ja. Kannst du nicht zurücksetzen? Doch, hab ich doch gerade. Doch, halt, admin. Ich hab's gerade zurückgesetzt. Jetzt hab's auch zurücksetzen können. Ja, jetzt krieg ich muss mir die Anhänger gleich rauskriegen aus dem Wasser. Ach ja, die steht jetzt woanders, ne? Ja, die steht noch auf dem alten Sporenpunkt, da wo der damalige Rufer. Ist auch so geil, ey. Dieser Gulli-Teckel, ey, mitten auf dem Feld, ey. Kannst joinen. Ganz synchronisieren und so. Ja, kannst du. Wir müssen jetzt nur die Trecker, äh, die Hänger aus dem Wasser rausziehen, aber... sonst, äh... Mal eine Frage, was soll ich denn auf der 11 sehen? Äh, auf der 10? Äh, was brauchen wir denn überhaupt noch? Gerste brauchen wir doch noch, ne? Ob ich es nicht gesehen hab? Oder Weizen? Eins von beiden haben wir nicht so viel. Ich schau nach. Oh. Mist. Hey, hast du einen Führerschein? Ja, nur für Pkw. Weizen bräuchten wir. Und Gerste. Weizen und Gerste. Mach helfe Weizen, helfe Gerste. Ja. Ne, wir können auch auf der 11, wenn wir da recht fertig sind. So, wie schau ich jetzt diese scheiß Anhänger zu tun? Wir müssen das Schneidewerk für die 11. Du musst eigentlich unten in der Halle drin sein. Ja, deswegen hab ich mich gefragt, wäre er den Krone wieder oben in die Halle gestellt. Die soll da eigentlich unten in die Halle? Ja, ne? Hab ich mich auch grad so gefragt. Deswegen du das gesagt hast. Wie du das gesagt hast. Nein, weil... Jetzt letztens hab ich den schon so da stehen gesehen und ich dachte, irgendwas ist hier falsch. Aber ich bin nicht da drauf gekommen, dass er in der falschen Halle steht. Irgendwas ist hier falsch. Das hat es für das Feld gar nicht... Also für das Feld hat echt nichts gebracht. Also für das eine eben, auf dem wir waren. Das war viel zu viel eigentlich. Geld 11. Naja, man muss halt nur einen Hänger nehmen. Dass man dem nicht so einen dritten Fortuna kauen. Äh, Vincent? Ja? Fahre mal den Mähdrecher unten rein. Also Feld 10 konnte jetzt schon geprobert werden, oder wie ist das? Ich fand grad, dass ich das mit säen. Ich muss in den Krone rein. So, Mensch. Weil Vincent, unten in... Danke, weil unten ist der... äh, der Sechsel-Ding drin. Oh Gott, Baum. Muss ich für den Fortuna in extra Dolly nehmen, ne? Ne, das geht so, ne? Äh, wer macht denn jetzt... Wir empfehlen einen Fortuna haben wir einen Fortuna-Dolli und für den anderen Fortuna haben wir einen normalen Dolly. Okay. Ja, wenn einer jetzt das... Wer macht das No-Name-Fade jetzt gleich? Das ist schon gemacht. Was denn da drauf? Wer düngt'n das jetzt gleich? Das habe ich schon gedüngt. Echt? Das ist schon gegrubbert, gesät und gedüngt. Mist. Oh, Vincent, dann kannst du wieder in den Krone. Äh, da hab ich... ähm... erste drauf gesät. Ja, ich sag nur, müsst, weil ich jetzt den... den Fortuna-Dolli wegfahren muss noch. Ich dachte, wenn da jetzt jemand auf dem Feld arbeiten muss... Boah, Alter, ey, sind... Sind... Auf welchem Feld fahrt ihr jetzt eigentlich mit dem Krone hin? Ähm, elf. Und zwölf. Das können wir meist. Ja, der zwölf auch. Stimmt, da war ja was. Ja, dann grubber ich direkt hinterher. Ja, bitte. Weil da wird gegrubbert. Krall dir doch einen Ladewagen mit du das Zeug aufladen. Ach nee. Ich fahr ab schon. Er tut ja häckseln, ne? Stimmt ja. Ah, hier häckselt? Achso, kann ich so ein Fortuna machen, ja, ne? Ja. Ja, damit kannst du alles machen. Okay, das ist gut. Allrounder. Das ist sehr gut. So, der Fall hat man dem Krone hinterher. Hat voll... Meine Frage wäre, sind wir auf die glorreiche... glorreiche Idee gekommen, Gras in die Dinger reinzusetzen? Für Silage? Ich nicht. Geil. Woran hast du ein Rohrwurmstelle? Ähm, von, äh, der heißt Ami, ähm, YouTuber. Ich glaube, mit GTA 5 und die haben da so'n, das ist so'n Art Bus, der sieht aus wie eine Banane an. Und dann fahren die da rum, DEDD, Banane, er böse. DEDD, Banane, er böse. Ach. Und das Lied nicht war so Pop. Ach, nein. Ja, GTA 5 kommt doch immer noch auf dem PC raus. Da freue ich mich auch schon. Ja, Januar. Mhm. Echt? Ja, Freue ich mich auch schon drauf. 26. Da glaube ich. 26 Januar 2016. Können sie es nicht am 29. ausbringen? An deinem Geburtstag? ja der Funde 6 und 20 dann habe ich schon längst Geburtstag was ein Geburtstag er hat noch keinen bei der Zeit verfolgt der Geburtstag durch den Herzen der Anstrengung das war ja auch das heißt er und er war es in der Geburtstag er ist Schäfer aus dem User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Ich hab irgendwas mit 13 verstanden. Hast du was? 12? Ja. Wusstest du das nicht? Nein, Jan wird wie 14. Hast du eine Verbindung zur Community? Echt? Von der Größe her wird's passen. Wieso? Wie groß bist du denn? Jetzt bar 1,70. Alter ey, das ist ja heftig. Mach nichts gegen meinen Opa, der ist ungefähr 2 Meter so umgedreht. Oh Gott. Ich bin grad mal 1,90. Ich hab einen Verwandten in der Familie, der ist 2,10. Gut, als ich so klein bin, weil der kann dabei vorbei haben. Da muss er einen sehr, sehr tiefen Tieflag ausüben, bis er dich trifft. Ja, aber Vincent kam auch immer äh äh, finde ich schon älter rüber. Seht so die Male, wo ich mit ihm gesprochen hab. War ja noch nicht so oft, aber... Gibt ja auch so viele Dinge... Ich glaub du verwechselst grad einen Shadow mit dem Vincent, oder? Ähm, ja mein ich doch. Shadow kam älter rüber so. Du tust mich und Marvin verwechseln und einen Shadow und einen Vincent. So ist es bei mir in der Schule. Der eine heißt Milan, ich... ja, ich heiße wie der Zauberer. Ach Merlin? Ja. Auch nicht schlecht. Kann ich mich da vorstellen eigentlich. Ja. Und äh... Wir werden die ganze Zeit von den Lehrern verwechseln. Immer. Milan und Merlin oder was? Ja. Ja, aber äh... Ich finde Merlin sogar noch besser als Milan, weil Milan ist doch eine Stadt. Oder irre ich mich da jetzt? Ja. Äh, ja. Milan ist die Stadt Italien. Ja. Ja, zwischen Italien und Schweiz, Südtirol unten. Ja. Na gut, ich finde die dann auch nicht vergessen. Wollte ich ihn jetzt machen. Ich glaube ich nenne mein Kind schon wieder Hamburg. Ich werde mein Kind immer Günther nennen. Günther. Oh Gott. Dein armes Kind. Da muss ich mich an Dothack aus Quantum erinnern. Wieso? Was war da? Ja, es ist halt... äh... Was für eine Szene ist genau weiß ich jetzt auch nicht, aber... Da ist es nur so, ich würde die und die Person gerne kennenlernen. Und dann... So im Nachhinein sagt er... Äh, hoffentlich heißt er nicht New Life Günther. Und dann heißt er Günther, ne? Nein. Achso. Das ist alles komplett asiatisch, also keine Angst. Achso. Ja, Ni Hao und so, ne? Ich meine, wenn es schon Anime ist, dann ist es... Du kannst ja eigentlich nur aus Asien kommen. Ja. So, ich finde wir singen jetzt nochmal für Vincent... äh, für Shadow. Oder soll ich alleine singen? Soll ich alleine singen? Soll ich alleine singen? Ich musste mich nur aufs Dreschen konzentrieren. Aber ich kann auch alleine singen sonst. Oder wollen wir zusammen singen? Hm. Oder wollen wir gar nicht singen? Vincent bleibt einfach stehen. Aus lauter Angst. Ich bereite mich fürs Singen vor. Achso. Ne, Vincent, denk nur, dass er heute Geburtstag hat. Frag dich wohl vielleicht mal eine Geschenke. Warte mal. Warte mal. Klatsch dein ins Gesicht, bitte. Facetime. Was? 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 In dein Maul. Ja, das auch, ja. Ne, äh... Hast du denn irgendwelche guten Geschenke bekommen? Oder hast du nicht bekommen, weil es schon Weihnachten war? Aber kein neues Headset, ne? Boah, ich könnte dem Flo ja jetzt ein Geschenk vorschlagen, was er dir machen könnte. Ja, was denn? Schlag vor. Aber ich weiß nicht. Sag jetzt. Hast du deine Facecam an? Ja, hab ich. Ja, wie wär's denn, wenn er sich was aussuchen darf, was du machst? Oh, der Facecam. Oh, da hätt ich was richtig Mieses. Was denn? Du musst deine Frau rufen, musst dich von ihr schminken lassen. Ooohh, Alter. Also du hast zwar heute Geburtstag. Ich meine eigentlich sowas schnelles sowas wie... ub dir selbst eine BugPipe oder so? Das kann man natürlich auch tun. Ne, du musst... Flo hat gefragt, was... Ja**n... Ich meine, du hast zwar heute Geburtstag, aber das ist noch nicht dein 18ter, ne? So... Ne, was kann ich denn noch machen? Hab ich irgendwas hier stehen? Ich glaube auch, ob ich mich irgendwie lustig verkleiden kann. Acer. Was? Acer? Nee, wo ich den Käse habe. Von den Käse? Das weiß ich nicht. Das kann ich aber machen, ey. Also ich habe einen Käse im Kühlschrank. Käse habe ich auch im Kühlschrank, ja. Nein, ich habe keinen Käse mehr. Oh, das war gelogen. Oh, tut mir leid, ich wollte mich lieben. Du hast keinen Käse mehr. Lock ihn! Ich habe einen Käse auf der Pizza, die wir hier rechts liegen. Ich dachte, ich habe doch einen Käse. Was kann ich jetzt machen, ey? Du könntest meine Zehen, die Zehen, Nägel schleifen. Schleifen? Und anders geht es bei dir auch nicht mehr. Ja, doch eigentlich schon. Aber der Große, der macht schon echte, der ist schon richtig hart. Echt? Also, ja. Ich bin schon wieder festgefahren hier. Oh, vor lauter Schreck fahre ich mir die ganze Zeit hier fest, ne? Ja, das kannst du... Flo, wir wissen es doch. Du kannst einfach nicht fahren. Lass es einfach. Das stimmt. Ich bin doch bei ETS. Ich bin doch bei ETS letztens. Wir fahrten bei euch in der Realität. Deine Freundin, oder? Ne, ich fahr. Hm, wer es glaubt. Ich bin Unfallfreund. Ja, klar, weil deine Freundin demonstriert. Nee, nee, nee. Ich fahr schon selber, ey. Was mach ich denn jetzt mal, ey? Wir haben ein Fahrstudioauto. Wenn es dem seiner Freundin zu schnell geht, drück sie auf die Bremse. Oder so, ja. Vincent. Vincent, du musst gleich mal stehen bleiben. Ich hab ne Idee, was ich dem Shadow schenken kann. Nee, jetzt. Du kannst doch weiterfahren. So, fahr mal die Idee. Er mäht ein Herz ins Feld. Nein. Nein. Ich hätte besser. Ich hab doch ne Katze. Ich hab doch ne Katze hier. Warte. Oh, die arme Katze. Ne, nee. Sherio. Was anderes kann man da nicht sagen. Heißt deine Katze Sherio? Nee, ich sag Sherio zum Getränke. Oh. Ich trinke mich die ganze Zeit brillant. Das ist lecker. Besser als Red Bull. Da ist Werbung. Ja. Oh Gott, oh Gott. Von unseren ehemaligen Nachbarn. Die Katze hieß Holy. Holy Liver. Oh, warte mal. Holy shit. Äh, Vincent, ich bin, äh, ja, ich bin voll Vincent. Warte mal. Ich flog immer durch die Gegend und rufe. Ich hol mal in den Wind. Jetzt ist der auch noch voll. So, jetzt muss ich mir eben die Katze holen. Sekunde. Miaaaa! Moment. Der hat an Silvester nicht genug. Der ist jetzt schon wieder voll. Hat der bei Haustiere? Mein Hund lag an Silvester unter der Couch und dann kam nicht mehr raus. Der war bei uns rücker Katze auch so. was für ein glück dass ich keine haus hier habe aber ich glaube mein stiefvater hing auch unterm tisch also wir sind jetzt schon so wir sind jetzt schon so weit wenn unsere katze nicht mehr ist dann gibt es auch keine mehr man ist das bin ich der meinung und auch nicht also wenn wenn du die katze nicht mehr haben willst na mein vater der hat so eine docke hat sie habe ich damals mal unter dem busch vorgeholt weil es irgendwie ausgesetzt hat ist jetzt so 13 jahre alt naja gut die docke von meinem vater so eigentlich nur ein jack russell ich bin aufs video gespannt ja ich auch so waren jetzt das wieder raus ich lasse auf jeden fall ja sehr gut da sind wir auch schon beim stichwort da sind jetzt nämlich schon sagt nicht was du vor der camp machst ja mach es einfach und wir können uns dann einfach vor der camp ich glaube wir meinen das video das video ist zu ende ja das video ist fertig das ist ja schon das ende der folge also wie immer leiden zeilen mussten pink panther ein paul panther ein spiel wer hat an der uhr ist das wirklich schon gespielt ja ja die leute es ist soweit mit dem paul schon kommen 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 gibt es so viele dislikes ich kann nicht wieder viel zu viel schleichwerbung für andere youtuber für den pink panther ja ja der heißt den die gibt es ja den pink panther gibt es in der realität auch also von daher wie gesagt abonnieren nicht vergessen dann singe ich auch geburtstag ständchen für euch falls sie geburtstag mit oder waren sie die für euch also der ist der kater da vorne mit 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 dem tanker der kater ja den geld und das so weit so weit so was besitze ich nicht aber katze die kann ja auch die katze spaß ich habe ich gesehen dass der kater spaß hat hat das war wirklich sehr glücklich aus floh floh du schickst mir dann deine adresse und ich lasse dir dann was zukommen und das setzt dann auf wird mit dem tanker von dir zu schicken nein nicht von mir das sind wir nicht irgendwas bestellen dass sie auf deine adresse zukommen und dann wusste ich ich zahlen brauchst du nicht nur anziehen musstest ne was wer wird lustig was ist lustig wer ist lustig ich hab gesagt zahlen muss ich nicht aber anziehen musstest ne ja stimmt zahlen muss ich nicht ja wenn ich irgendwas umsonst krieg dann das machen wir immer so wenn ihr mir auch noch was zuschicken wollt dann schreibt sie in die kommentare rein bis zum nächsten mal